Morgen sollen wir Fort Woh angreifen. Niemand weiß, was sich hinter diesen dicken Mauern verbirgt. Es heißt, die Festung wurde nach Bismarcks schrecklichem Krieg errichtet, um die Region vor zukünftigen Invasoren zu schützen. Und hier stehen wir nun, gehen uns gegenseitig an die Kehle und sterben lieber, anstatt auch nur einen Schritt zurückzuweichen. The French garrison have barricaded themselves inside... Yes, our attack failed again, but while our great empire stands, we cannot give up. At them. One last time, men. Und wie lautet unsere Welt? A flametrooper kit is available near your location. Da drüben ist der Sanitäter. Regier, feindlich! Das Schienengewehr, eindeutig feindlich! Das Schienengewehr, eindeutig feindlicher Sanitäter gesichtet! Oah! Aufpassen, ein Speer! Ich habe hier einen Feindlichen zum Speer! Da, Feindlicher Sanitäter! Ich habe den Fakt zu einem Feindlichen Soldaten! Sonst fällt auf! Schöne preparem sich die beiden Probleme auf! Ich habe den Fakt zu einem Feindlichen. Das Ziel darf nicht fallen! Verteidig das! Ein Sanitator von der Gegenseite! Ich bin hier auf einen entgegestoßen! Sturmsoldat in Sichtseite! Wir verlieren objektive Apples! Das ist ein fändlicher Sturmsoldat! Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen! Wir verlieren objektive Apples! Das ist einer ihrer Speer! Ein Speer! Ein Speer! Feindlicher Sonnenpäter! Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten! Vorsicht jetzt! Sturmsoldat! Aufpassen! Sturmsoldat! SpannSi! SpannSi! Da! Da drüben, Speer! Ich sehe einen Sonny-Shatter! Ich brauche einen Sani! Hat jemand Vondition? Wir haben Objective-Advots verloren. Ich habe einen Sani! Sanitäter, ich bin getroffen! Soldat gesichtete! Das Ziel dort, beobachten! Der Flametrooper-Kid ist bereit! Nähe der Flametrooper-Kid! Ich weiß, ich habe einen Sani! Ich habe mich verletzt, Sani! Das ist ein Sturmsoldat! Ich brauche Munition! Qualität gesichtet! Seht ihr ihn? Sturmsoldat! Das ist ein Sturmsoldat! Das ist ein Sturmsoldat! Feindlicher Sturmsoldat! Seid vorsichtig! Ich habe keine Munition mehr! Ich brauche mich! Hinschiffe! Weischt her! Es ist ein Sturmwoord! Aber nicht! Sie haben immer noch geplant! Am Mann! Die Sturmleute sind sie am Riesenwoord? Ich habe einen Sturmwoord! Die Sturmwoord ist das zu den Sturmwürfeier! Die Sturmwürfeer ist ein das zu erledigen. Ein Trenchrader-Kit ist in der Nähe von deinem Ort. Wir haben die Objektive Apples genommen. Wir müssen das Ziel um jeden Kreis halten. Wir haben die Objektive Apples verloren. Ein Flametrooper-Kit ist in der Nähe von deinem Ort. Da! Feindlicher Sanitäter! Feindlicher Sanitäter, da! Feindlicher Sanitäter, da! Feindlicher Sanitäter, da! Das Ziel verteidigen! Feindlicher Sanitäter, da! 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 Wir verteidigen das Ziel bis zum letztesten Mann. Aufpassen, feindlicher Sperger gesichtet. M.G., seid vorsichtig. Vorwärts, erobert das Ziel doch. Nein, vor Position! Sie erobert, jetzt müssen wir es wieder frei. Verteidigt das Ziel! Seht ihr den Sturmsoldat? Ich brauche Munition! Hat jemand Munition übrig? Ist er ein Sanitäter? Ich bin nur ein Sanitäter. Ich bin nur ein Sanitäter. Dieser kleine garrison repulsed constant assaults von Gas, Fire und Bullets, bevor sie physische Konditionen verletzten sie zurück. Wenn die Gerns nicht möglich waren, vielleicht der Fall auf Verdun selbst wäre es erfolgreich, und die Westen Front permanent verletzten. However, strategisch, es gab keine Justizierung für die Atrochste Losses auf die Seite. Angriffste Linus Das ist die Zeit für eine Unterrichtste nennen. Die Welt liegt im Weg in der Zeit. Für die Zeit. Abenteuer succesiv. Abenteuer sich. Der Fall ist, in einem Mehrwert der Amin. Musik Musik Мы копаем наши траншеи далеко на ничейной земле, некоторые лишь в 70 метрах от их линии обороны. Генерал Брусилов сказал нам, что элемент неожиданности бывает опаснее винтовки. Капитан отобрал взвод самых сильных и храбрых наших бойцов. Наш маленький отряд должен будет штурмовать три вражеских окопа еще до прекращения артобстрела. Россия, наша великая страна, могла прокормить целый мир, а нам не хватает еды. И не только еды, одежды, топлива, обуви. Как мы будем воевать без обуви? СОЛДЯС! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Wertefeindlich im Sturm Soldaten! Bote Kürzen, wir haben eine Granate! Bote Kürzen, wir haben das Ziel nicht verliehen, verteidigt es! Der drückende Speer! Seht ihr den? Stoff, Alter! Vorwärts! Erobert das Ziel dort! Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Soldaten! Das Ziel dort! Wir haben Objektiv Butter verloren. Verteidigt das Ziel! Wir haben Objektiv Apples genommen. Vorsicht jetzt! Wir haben, die Gegend zwischen uns angeht. Wir sind nicht in den Filter-Hand. Wir sind nicht in den Fraunen. Wir sind nicht in den Schmerzen. Wir sind nicht in den Schmerzen. Wir haben die Gefängelte, die St Bote-Handed hat. Und von der Behandel ist! Feindlicher Sanitäter! Na, feindlicher Panzerfahrer! Losing objective elbows. Verteidig das Ziel! We have taken objective butter. Aufpassen! We have lost objective apples. Wir müssen dieses Ziel um jeden Preis halten! Vorsicht, Panzer! Was haben wir nicht gesehen? Vorsicht! Das ist einer ihrer Soldaten! Da ist ein Panzer! Das ist ein Panzerfahrt. Das ist ein Panzerfahrt. Felt nach dem Feuer! Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten. Ein Feindsoldat! Weiter drüben! Ein Speer! Feindlicher Soldat gesichtet! Verteidiger Ziel bis zum letzten Mann! Das ist eine Ereste! Ziel erobern! Los doch! Wir haben den Sekt verloren verloren. Das Ziel darf nichts fallen! Verteidigt es! Ich brauche mal die Zürich und Beeilung! Ihr seht uns verloren! Danke, Kumpel! Alles kann dir besser, Jungs! Reicht euch! Trick! Soldat gesichtet! Soldat da drüben! Vorsicht! Ein Soldat! Wir haben ihn verloren. 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 Errobert das Ziel doch. Half of the enemy forces are gone. Unmöglich. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Wir haben ihn verloren. 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 Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Wir verteidigen das Ziel. Wir verteidigen das Ziel. Wir haben swoim innovativelyn. Wir verteidigen das Ziel. Wir verteidigen das Ziel. Wir verteidigen das Ziel. Wir dürfen das Ziel nicht verlieren. Verteidigt es! Soldat gesichtet! Seht ihr, das ist einer ihrer Soldaten! Verteidigt das Ziel! Das Ziel wird erobern! Wir haben die objektiven Amplen verloren. Vorsicht! Das ist einer ihrer Soldaten! Wir haben den Sektor verloren. Verteidigt das Ziel! Soldat da drüben! Vorsicht! Als Soldat! Versuch es! Versuch es! Versuch es! Gehen wir uns ab. Mach die Brache! Gehen wir sie! Seh es! Wir müssen das Ziel um jeden Kreis halten. Flugzeug in Sichtweite. Flugzeug da oben. Flugzeug in Sichtweite. Flugzeug in Sichtweite. Pagd. Flugzeug in Sichtweite. Flugzeug in Sichtweite. We have lost objective apples. Erobat, das verdammt jetzt hier! Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann! 50 Attackers remain. We have lost objective money. This territory is lost. We must fall back and prepare to fight again at Kolomea. While there is a man left standing, the sun will not set on the Habsburg Empire. With precise artillery attacks and methodical use of shock troops, the Prisilov Offensive managed to breach many sections of the Eastern Front. To avoid a total collapse of its armies and so the Empire, it was vital for the Austro-Hungarians to hold up the Russian advance until German troops arrived from the West. Kolomea was to be where one of these decisive battles would take place. Wir warten schweigend. Denn würden wir sprechen, käme die Wahrheit heraus. Nämlich, dass eine Niederlage hier das Ende unserer Armee und vielleicht sogar des Reichs bedeuten würde. Wir sind neun, zehn Kilometer marschiert. Und ständig dachten wir an weitere Kämpfe gegen die Russen. Es war die reinste Folter. General Hotzendorf kann nicht erwarten, dass wir weitergehen. Mit der Zeit wird die seltsame Stille der Stadt immer unheimlicher. Die Männer starren nur nach vorne und warten auf die Schlacht. Wo bleiben die Russen? Die Leute wissen gut, dass eine Zeitstelle sind oder habe. Die Musik im letzten Zahn auf. а Das Ziel darf nicht fallen! Verteidigt es! Feindsoldat entgegen! Aufpassen! Feindlicher Soldat! Vorsicht! Das ist einer Ihrer Soldaten! Wir verlieren die Objekte. Wir verteidigen das Ziel bis zum ersten Mann. Wir haben die objective Apples verloren. Das ist los! Das ist hier, dort. Banner, hör raus! Wir haben keinen Objektiv-Adels. Wir haben das Injective-Button verloren. Wir haben das Injective-Apple verloren. Wir haben das Injective-Apple verloren. Wir haben das Injective-Apple verloren. Oh Mann, das verdammt jetzt hier! Wir haben das Injective verloren. Wir haben das Injective verloren. Aufpassen, nicht umsetzen! Hey, vor Position! Wir sind zurück! Wir sind zurück! Wir sind zurück! Wir sind zurück! Verdrängst das Silbe zum Lassenmann! Wir sind zurück! We sind zurück! Wir sind zurück! Das ist einer ihrer Speer. Wir durften das Ziel nicht verlieren, Verteidigtes! Das ist ein Schuss! 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 Das ist ein Täter von der Gegenseite! Das ist ein Schuss! 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 Nein! Verteidigt das Ziel! Das ist ein Schuss! 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 We have lost Objective Apples. We have lost the Scepter. 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 Fifty attackers remain. We have lost the Scepter. We have lost the Scepter. Twenty attacks remain. We have lost the Scepter. 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 going using the Scepter. We need from the Scepter. Braucht jemand Munition? Danke, mein Freund! Rannacht, hör raus! Gehen Sie mehr! Das Ziel darf nicht fallen! Verteidigt es! Ich schick dir eine Granate! Rannacht, hör raus! Körbe runter! Ich brauche Munition! Wir müssen das Ziel um jeden Kreis halten! Rannacht! Speer! Seht ihn! Hat jemand Munition? Wer hat jemand? Wer ist die Hilfe? Danke! Wer ist die Hilfe? Wer ist die Hilfe? Nimm schon! Natürlich ist der Sturm, Soldat! Maschinengewehr gesichtet! Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Hier! Erste Hilfe! Hier! Erste Hilfe! Erste Hilfe für dich! Wunder!! Was ist das? Wunder! Wunder! Aber das ist Wunder! 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 STRENGELAR! Wunder! Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen, verteidigt es! Okay, stopp! Hier, erste Hilfe! Hier, zu mir! Erste Hilfe, greif zu, Mann! Erste Hilfe, erste Hilfe, erste Hilfe! Hier Mann, Erste Hilfe. Ich verteidige das Ziel. MG, feindlich. Ich brauche dringend Munition. Aaaaaaahhhhhh! Wir sind Losing Objective Apples. Hat jemand Munition bestellt? Ich brauche Munition, Steff! Hier, Munition! Hier, Munition! Geht! Schnell! Hat jemand Munition übrig? Ja, Munition! Granat heißt Radio und Zug! Der hat Munition! Der hat Munition! Der hat Munition! Der hat Munition! Der hat Munition. Der hat Munition! Der hat Munition! Er hat Munition! Jetzt munition. Falsche Munition! Dann hat es los aufpassen! Falsche Munition! Falsche SMG gesichtet! Falsche Munition! Hier, Munition! Na, ein Affilibewehr! Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig! Hier, Munition für dich! Polizio, hier! Kolomea remains ours! By order of the Emperor and Supreme Commander Archduke Friedrich, I address to you my felicitations and congratulations on your exemplary conduct! Now, prepare to defend once more! The enemy is being reinforced with an armored train! Verteidig das Ziel! Verteidig das! Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann! Verteidig das Ziel! 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 Hier, frische Munition! Danke. Hier, Munition! Erfahren, es wird nicht besser! Hier, Munition für dich! Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen, verteidigt es! Hier, Munition für dich! Dann hat es raus, aufpassen! Hier, ich habe ein bisschen Munition getrennt! Ich brauche Munition! Ich brauche Munition! Ich brauche Munition! Dann mach es raus! Polyseon, hier! Ja! We are losing Objective Apples. We have lost Objective Apples. Munition, I'm empty. I'm going to have the goal! I don't have any munition anymore! Keep this goal! Let's go! We have won. You soldiers have fought off the Russian invaders. The German armies will soon join us to push them back through the mud. The Emperor salutes you. By the beginning of 1916, it was becoming increasingly clear that Russia could no longer sustain the losses from several failed operations, while maintaining loyalty to the autocratic and ever more dysfunctional monarchy of Tsar Nicholas II. If the Austro-Hungarians had managed to halt the first Brusilov advance, inflicting further wounds on Russia, it is likely that anger amongst the people at home would have ignited the revolution immediately, leading to the Bolsheviks pulling Russia out of the war before the winter set in. A huge blow to the Allied alliance. The Stras曜 one The 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020